8, 7, 6, 5, 4 in die zweite Runde rein Vorderweg, Marcel Schneider Lukas Ritz auf der 2 Mark Linge, Chris Karmann und Henrik Paulsen Jetzt haben wir noch 4 Minuten und 20 Restwerte zu verhandeln Jeden hier im dritten A-Finale 2 WD Vorderweg, Marcel Schneider Lukas Ritz, Mark Linge Chris Karmann und Christian Ahlen Karmann und Christian Ahlen 3 Minuten und 40 Restwerte, Marcel Schneider Lukas Ritz Chris Karmann, Christian Ahlen Mark Linge, Raoul jetzt Torben Rekos auf Position 6 und Henrik Paulsen direkt bei da auf Position 7 Neue Station, der Massensteiler 13, 6, 7, 9 3 Minuten bis 13, 9 Chris Karmann, 14, 9 Chris Karmann, 14, 2 Mark Linge, 14, 3 Torben Rekos, 14, 3 der né 20.5 Torben Rekos, 16, 3 Hier ist es Torben Rekos, 15, 4 5 2 2 3 3 4 4 7 5 5 4 7 5 7 Wir haben auch 2 Minuten und 20 Resten, also schnell der Frau Lukas Rest, Christian Mann und Christian Mann. 2 Minuten zu drehen. 29 Sekunden Rest hier Marcel, Paul Lukas, Chris und Christian. 20 Minuten zu drehen. 30 Sekunden auch Marcel, Paul Lukas, Christian Mann, Mark. Jetzt schauen wir uns auf Position 5. 5 Sekunden. 5 Sekunden. die 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 Das war's für heute. Dann folgt Marke Linger und Torben Rikus, Arndt Bernhard und Henry Paulsen. Untertitelung des ZDF, 2020